Schöne, oldschoolige Grüße aus Tibia, heißt euch Drago Basel. Ja, ich habe von Somoda wieder ein bisschen Hilfe bekommen. Das Spiel ist wirklich schwer zum Checken. Er bekam auch die Hilfe von seinem Cousin, damals vor irgendwie acht Jahren. Und jetzt bin ich wahrscheinlich sein Cousin oder so. Und ich muss jetzt hier lernen, Tutorial lernen. Hi! Er sagt was! Das konnte ich vorher nicht. Und jetzt habe ich da drüben. Kann man jetzt nicht drüben tun, okay. Jetzt kann man da kaufen. Also das ist wahrscheinlich jetzt der Nahkampf- und Fernkampfhändler. Da kann man jetzt zum Beispiel hier. Ich handel mal mit einem und schaue dann, was dann passiert. Ja, haben wir nicht den Beutel. Muss ich mal doppelt klicken. Okay, dann machen wir mal das aus. Rechts klicken. Ja. Scheinbar habe ich das jetzt das bekommen. Ist der besser oder was? Aber was sind denn das so Pfeile? Sind das schlechte Pfeile? Also, wenn er nur ein Pfeil hat, dann bringt das doch nichts. muss ich jetzt hier mein ganzes Geld ausgeben oder sowas. Nun gut, testen. Testen, einfach testen. Ich schieße jetzt mal einen Pfeil. Mal schauen, ob der irgendwie einfach immer geht oder weiß auch nicht was. Wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Du hast gesagt, ich müsste abhauen, aber es geht ja nicht. Aber auch weil ich keine Pfeile habe. Oh Gott, ich sterbe. Ich werde qualvoll sterben. Seht ihr, also es ist ... Ja, das Spiel ist einfach zu oldschoolig als du. So geht's schon besser. Komm, töten. Ich will ... Hm, töst du mal? So schießt er ja auch gar nicht. Ja, wenigstens ein bisschen Adventsch hoch. Nein, du bleibst hier. Nein, 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 du gehst nicht weg. Gut. Er will mich ... Er will mich trollen. Der Salamander will mich trollen. Hilfe ... Hilfe ... Tja ... Also, dann mache ich das mal mit dem Leichen. Wow, lohnt sich. Das lohnt sich. Das ist einfach krass, wie das sich lohnt. Ja, dann nimm nur einen. Ja, dann nimm Null. So, weiter. Treffen. Treffen. So, ja, jetzt du. Er schießt so blöd. Ach man, der trifft immer und ich treffe nie. Das ist ... Das ist ein Endboss. Das ist das schwerste Gegner, die es gibt. Nein, ich sterbe noch. Ich will doch sterben. Hilfe, Hilfe. Wow, bringt ja viele. Ich mag Fankämpfer nicht in diesem Game. Sie sind zu OP. Noch ein bisschen. Ja, yeah. Zwei Griffpfeile. Oh, die nehme ich mit. Die werde ich dann für einen Endboss hat es so aufbewahren. Okay. Oh je. Das Spiel wird mich qualvoll massakrieren. Oh, der ist gut. Fressen. Fressen. Danke. Und ein Speerswein habe ich schon. Oder soll ich ihn verkaufen? Ich verkaufe ihn. Zwei. Wow. Ich kann schon ein Reh töten. Prima. Und wie heilt man sich am besten? Das ist ... Also ich weiß ja, die Heiltränke, aber da habe ich ja bald dann keine ... ähm ... Leere Flasche habe ich schon im Mittag. Ja. Dann nehme ich die mal rein. Und ... Handle dann mit anderen ... Oh, das sind vier gewesen. Gut. Handle dann mit anderen ... ähm ... NPCs. Wahrscheinlich heilt mich dann auch einer ... Mal schauen. Ich gehe mal zu Mark hier unten links. Also hier ist nur ein Gang nach oben. Ah, hier ist aber ein Hinter. Hi. Portal. Okay, da kann nur Portal. Ich gehe mal nach oben. Oh, das ist eine neue. Nein, ich will nicht hier. Das ist kaum greif. Hi. Quest. Quest. Und dann will er ... was? Fetch or kill some monster. Ich will killen. Goblin. Goblin will nicht töten. Kill 20 Mugleslan food manned. Die habe ich jetzt noch nicht getroffen. Ah, eine Large Drug. Was ist denn das? Ich möchte gerne wissen, was das ist. Was ist das? Ja, ich will wissen, was das ist. Eigentlich will ich nur wissen, was das ist. Und die redet immer noch. Ja, wahrscheinlich nichts Wichtiges. Ähm ... was ist da unten? Okay, das ist zu lesen. Ja, eine Strange Legend. Ja. Ja, ja. Schauen wir mal. Okay, ist wahrscheinlich eine Bank oder so. Nicht möglich. Hier ... ähm ... Deposit your Gold oder White Draw your Money. White Draw heißt ... Malen. Reinmalen. Pfff. Funktions ... Ja, ich gehe einfach weiter. Weg. Da muss er das mal wieder ein bisschen weiter erklären. Hi. Spells ... Spells ... Ja, aber da brauche ich nicht. Oder ein Heidsauber. Spells ... Ja, wie viel redest du hier? Jetzt kann man das irgendwie noch oben ... Was? Nur für Magic Wheat ist ... Okay. Pech. Dann bekommst du kein Geld von mir. Hi. Ich habe keine Frage über Space, ich will einfach nur das Gute verbogen schützen. So, ah, da kann man auch rechts, also von links, rechts, so Treppe runter und dann steht es mal runter. Hi. Okay, Trade, und was hast du hier, eine blanke Rune, Destroyfield Rune, Energyfield Rune, Firefield, Help Potion, 45 Gold, ne danke. Wie zu teuer, ne danke. Bei falscher Schlange. Und jetzt hier, hi, ich kann nicht, also im ganzen Game kann ich immer hi schreiben. Das ist doch wunderbar. Ja, auch Trade, Equipment, Food or Entwickel, Equipment Only. Backpack, ich kann Backpack. Das ist, das ist eine, was ich schon habe, oder? Ein normaler Bag, Fishing Route. Eine Pickaxe wollte ich doch. Das kann ich irgendwie gar nicht. Buoy with Pickbackpacks. Ja, toll, aber, ähm. Fragt sich jetzt, wo ist mein Zeugs hin? Hä? Was habe ich jetzt hier gerade gemacht? Okay, so geht's. Ja, aber ich möchte doch ein Pickaxe haben. Ich will eine Pickaxe haben. Ich mache die jetzt mal hier auch oben. Kann man jetzt auch eingeben. Sell. Scheinbar nicht, oder? Also, Equipment, Food. Dann haben wir nochmal hier. Trade. Ich möchte gerne eine Pick haben. Die Erde hat wahrscheinlich keine, deshalb. Okay, der hat gar nichts. Wenn hier einmal Amount steht. Dann Marcel. Nicht das mit. Die Rope. Nein, die Rope möchte ich nicht. Fishing Route. Ja, habe ich. Habe ich die? Nein, gar nicht. Ähm. Ja, wie soll ich jetzt etwas verkaufen, wenn ich nichts? Tja. Ich gehe mal darüber. Der Erk verkauft ja eher besser. Hm. Okay. Trail. Ähm. Sell. Sperre verkaufen. Nee. Nee. Die Axt. Ich habe gar keine Axt. Kann ich die trotzdem verkaufen? Aha, da wird gehandelt, die ich nicht habe, aber die man verkaufen kann. Jetzt verstehe ich. Aber wenn ich die Sachen nicht verkaufen kann, kann ich die auch irgendwo hinlegen und so bitte. Die Sperre möchte ich noch haben, einfach so als Zweitwaffe. Die Fackel möchte ich noch verwenden. Knochen. Knochen. Dann die da. Die Runen. Und wie bekomme ich jetzt, ähm, Pfeile über, wenn ich die aufgebracht habe? Muss ich wahrscheinlich kaufen, aber das sind die anderen Pfeile, die teuren. Tja. Fragen über Fragen. Ich gehe mal hier. Ist noch ein Bogen. Er trifft nicht gut, wenn ich laufe. Oh. Jetzt. So. Gut. Okay, jetzt habe ich schon 50. 53. Also wenn die heilen müssen, dann müsste ich diese Rabbids, ähm, angreifen. So. Okay, man muss genug nah sein. Dort sind Pfeile, aber das sind die grünen, die orangen. Hm. Ich gehe jetzt mal nach Norden. Sind das auch Pfeile? Ja. Das ist ein Pfeil. Mal gucken hier. Ist leer. Ja. Also so langsam macht es ein bisschen mehr Spaß, weil ich ein bisschen mehr draus komme, aber es ist sehr eingeladen, also wirklich, da müssen sie noch ein super Tutorial machen. Okay, scheinbar, die grünen sind einfach so einzigartig, die items, also dass es dann einfach geschrieben ist und so. Was es jetzt besonders gibt. Ja, ein Meet. Das habe ich gesehen. Oh, jetzt hat es schon vier können. Wow. Das müsste es einem neuen Game auch geben, dass es irgendwie mehr ein Symbol gibt. Muss immer mehr angezeigt werden. Oh, das ist wichtig. Einen Dier. Einen Hirsch. Noch ein bisschen. Gut. Und jetzt den, den hier, kommt schon. Du schaffst die. Wow. Richtig fertig. Damage. Noch ein bisschen. Komm schon. Ohne Keule, bitte. Ohne Hungerkeule, ja. Fünf Goldkeulen. 20 Level, 20, Fighting, Distanz, Fighting. Sehr gut. Jetzt endlich. Jetzt habe ich gar keine, 56 habe ich noch. So. Da noch. Jetzt können wir dann Pfeile kaufen. Die guten. Scheinbar die guten. Wow. Drei Fleisch. Nicht schlecht. Hallo? Du musst hier. Zu schwer? What the fuck? Munch. 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 So. Wo ist denn die Carry? Kapazität 10. Ja. Also. Rap brauche ich ja jetzt nicht, wenn ich nicht mehr tragen kann. Ähm. Ähm. Ja. Sonst mache ich mal ein bisschen, ein kürzerer Part einfach, weil ich ja nicht viel weiter spielen kann momentan. Ohne Hilfe. Das ist ein Rapid gewesen. Das ist ein Rapid gewesen. Und was sind denn die Munster? Da ist einer. Jetzt möchte ich da Stirk. Ah. Mit Stirk bleibt man stehen und dreht sich. So. Ah ja. Will ich noch etwas machen? Nämlich. Ähm. Es fragt sich, welche Rüstung ist dann besser. Die da oder die da. Aber die obere sieht ein bisschen robust aus. Ich lasse die mal die. Hier. Die kann ich ja wieder holen. Die droppen ja von den Monstern. So. Ich muss, ich tue die Sperre, ja, verkaufen. So. Jetzt habe ich hier, ähm, zum Sell, Sperre, verkaufen. Okay. Und, ähm, die Sperre dann mal später beinutzen. Simple Arrows. Spare. Was die? Ah, das sind zwei gewesen. Deshalb, ich dachte schon, die sind günstiger zu kaufen als zu verkaufen. Ein Bolt. Ein Bolt? Kann man die auch mit Bogen schießen? Da ist Arrow. Es fragt sich einfach, bringt das? Oder sollen wir lieber 22? 23? LOL. Ein Shopping Bag kann man die jetzt hier irgendwie. Gehen wir weg. Hallo, ich möchte gerne, ähm, ein bisschen kompliziert, da rausnehmen. So, ein Shopping Bag. Ja, was ist jetzt mit dem Shopping Bag? Okay, nochmal draufklicken. So. Raus. Schmeißen. Und dann wieder Geld verdienen. Also, irgendwann bin ich mal out of Arrow. Da kann ich leider nichts machen. Also, die Pfeil kommen hier auch nicht. Nö. Die sind nur zur, äh, als Anzeige da. So, verstehe ich. Ja, du musst getötet werden. Links und rechts und oben. Also, am ganzen Körper musst du sehr stark verwundet werden. Ach komm, schlaf nicht. Ich bin out of Arrow, but... Jetzt bin ich Level 5, cool. Wo ist der andere? Wo ist der andere hin? Wie bitte? Ich habe 2 getötet. Wo ist jetzt der andere hin? Da ist da auch nichts. Arr. Hm, Bag is the Scam wahrscheinlich auch noch. Nein, 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 nein. Okay, dich töte ich noch. Okay. Und Insect-Tweet-X, okay. So. Hey, hallo. Ja, du musst... So. Mal das zum Verkaufen mitnehmen. So, jetzt verkaufen wir die Sachen mal. Also, probieren wenigstens, es zu verkaufen. Da ist eben noch einer am stehen. Macht da nichts. Und der Jack Norris ist auch hier. Okay. Okay. Hi, Trader. Sell, Axt, verkaufen. Hand, Axt, verkaufen. Und, ähm... Kaufen. Ja, jetzt kann ich nichts mehr kaufen, oder was? Toll. Jetzt kann ich schon nichts mehr verkaufen, weil es wahrscheinlich nicht besitzt. Okay, dann machen wir etwas anders. Luke. Du bist ein Paladin. Nee, wirklich. Set Outfit. Also. Ich möchte gerne aussehen wie ein... Hunter. Oder... Ja, Hunter. Head möchte ich gerne... Ich möchte gerne... Nein. Head möchte ich gerne rot haben. Nein. Gibt es kein Braun? Dann möchte ich schwarze Haare haben. So. Primary möchte ich gerne ein bisschen grüner sein. Ich möchte... Ich möchte wie linker sein. Bisschen heller. Ja, lass ich so. Secondary möchte ich. Eigentlich gleichfarbig. Oder es ist ein bisschen... Bisschen dunkler. Gelb ist zu hell. Also. So. Ähm... Detail ist... Ah, Schuhe. Was hat link für Schuhe? Dunkelbra... So, ja. Okay. Ähm... Add-on. No Mount. Kann man nicht machen. Mit Free Version. Jo. Also. Ähm... Ja, ich bedanke mich schon mal für den ersten Part. Dass es so beliebt ist. Und ja, beliebt sind so wenig Aufrufe. Aber es ist echt gut mit den Likes und so. Und ja. Wenn es weitergeht, mache ich hier mal Premium. Und ja. Vielleicht auch mit Xomoda oder einem anderen. Dann eine Aufnahme. Wo wir irgendwas unternehmen. Jo. Jo. Also ich bin jetzt momentan Level 5. Und ja. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen leveln. Bevor wir dann ins nächste Gebiet gehen. Und... Ja. Ich hoffe, ich kann die Tränke irgendwie auffüllen. Und so weiter. Aber das eben. Das wird mich Xomoda wahrscheinlich auch sehr gut erklären können. Und... Und... So kommen wir nacheinander. Immer wie besser ins Spiel. Und ich kann euch dann immer mehr Parts zeigen. Und so weiter. Also Dankeschön. Und... Tschüss. 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 Vielen Dank.